Ich werde wahrscheinlich gleich umgebracht hier. Wie so leichte Beute mit meinen 96 Leben. Gott. Was warst du nochmal? T-Rex. T-Rex. Oh Gottchen. Rumpeln tue ich auch noch, also... Oh Gott. Bewehren kann ich mich nicht. Irgendwo niederlegen. Ja, ich muss sie verfressen und so. Ist doch noch in der Nähe des Sees, oder? Ich bin beim Spawn Lake, ich hab die ja da um die Ecke gebraucht, wirklich. Jetzt ist wahrscheinlich nicht mal jemand da von denen, die vielleicht mal Leben geben können. Ich bin ein schwerfälliges Panzervie. Wenn du mich siehst, knock mich auch. Nee, ich bin noch lange nicht irgendwo, auch nicht mal Ansatz zu sehen, als in der Nähe. In der Fall springe ich von der Klippe runter. Ja, schaff ich's noch und ich heil mich doch noch hoch. Ich zieh dich irgendwo zurück. Ich muss sie erst finden. Ja. 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 Ich sehe sehr auffällig, dass es ja gut ist. Ich muss gucken, wegen den Koordinaten wo das geht. Ich brauche es erst was Richtung 60 geht. 60, 60. Sieht näher nach dem aus. Wenn ich da langlaufe. Schleppend geht der Tierix am Ende entgegen Nicht aufgeben Sein Letzten Tour in Color gemacht Kein Fetzenfleisch in der Nähe, wa? Nee Alter, habe ich jetzt Schwein gehabt Da kommt was Ein T-Rex Oh Ich dachte, was zu fressen Der sieht mich nicht Er hat mich noch hinkeln gehört Ich könnte jetzt sagen, hey kill me Weil ich heile nicht Der sieht mich nicht Can you me kill Schön, wenn du mich killen könntest Das wäre sehr schön Dann Junge Jetzt Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2019 Vielleicht sterbe ich auch gleich, je nachdem wie der T-Rex ist, ob der nach Kampf ist oder nicht. Ich glaube nicht, dass ich das überleben werde. Ich auch nicht. Ich habe zwar hier einen Rambock und einen Drio, aber... Was für einen hohlen Zahn? Ich habe hier nur noch zuhälfte Hunger. Ja, der greift mich an. Der greift mich an, der Penner. Verpiss dich, sei ich der da. Ich dreh dem schön meinen Racken zu. Vielleicht verrecke ich sowieso, aber... Das ist wohl blöd, du kein Weg. Der verhöhnt mich regelrecht. Der setzt sich hier hin. Der wartet darauf, dass ich krampiere hier. Also das ist ein Arschloch. Ja, wie der Kano, der... Der hat mich auch... Hab wenigstens den Arschloch zum Kellen, du Wechser! Wie der Kano, der hat mich auch immer angegriffen, angegriffen und dann hat er einen Fehler gemacht. Ich habe ihn schon mit dem Fuß ausgeholt. Er so, du kriegst mich nicht. Nicht du! Öl an Penner. Ich bin nicht grepiert. Oh, was nehme ich denn jetzt? Muss ich mich wieder auf den Weg machen? Jetzt ist der T-Rex weg, der mir den Arsch gerettet hätte. Na super, jetzt ist der aus dem Server geflutzt. Na toll. Oh Gott, wo bin ich denn jetzt schon wieder? Oh, wir haben wir Ende der Welt. Döder T-Rex. Oh, es rentet hier einrappl. Cooney. Ich will aber noch verzweifeln, wenn jemand, der dich umbringt. Jemand will mich umbringen. Töte mich, bitte! Ich bin richtig armselig hänkig hier mit offenem Maul voll mit Wunderschön. Oh Gott. Oh. Kinder, will der den Gnadenstoß verpassen? Was für ein Leben. Kann ein Raptor überhaupt lesen, dass ich sterben will? Ähm, ich glaube unter Fleischfressern? Ich wiss es jetzt gar nicht. Ich versuch's einfach. Bei Fleischfressern müsste es, glaube ich, gehen. Killt mich doch, bitte! Oh, bitte! Bitte! Bitte, Junge, bitte! 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 Gott! Oh, nee! Ich heile nicht mehr, müsste ich schreiben, ne? I... ...heil... ...not... ...hunger... ...61... ...Hass bin ich wieder hier... ...und bin ich an dem Ding wieder... Jetzt gibts Ärger. Ich hab's nur drauf... ich hab nur gehört, wie da an der Aufm draufgeswand ist. Ei. Das ist dumm, dass die Fleischfresser halt eben nicht untereinander das verstehen. Ja, das ist... Ja, das ist doof. Ja, da müsstest du dann in ne Gruppe einladen eben, ne? Aber dazu müsstest du wissen, wie die heißen und... Ich frag ihn... Ich hoffe jetzt nicht, dass er umgebracht wurde. Das ist jetzt... Vielleicht kam auch nur angerannt, weil... Ja. Meine Leiche da lag. Das kann sein. Weil ich möchte jetzt ehrlich gesagt da nicht der ganze... Hochsterbe gleich! Was für alles nicht so jemand! Ja. So ist er nach Todesstoß. Die ganze brauchen sogar freiwillig sterben. Ich hatte noch mal ein gebrochenes Bein und... 95 Heal. Ich habe ja nicht mehr gehealt. Ich war ja so gut wie... Wie Miro sagen würde. So gut wie... Ne. So würde ich es nicht sagen. Ja, ich sag mal so. Der hat mich hier mit M bisschen getötet und das war ein Lauer. Okay. Ja, also... Ich hoffe jetzt nicht, dass er umgebracht wurde. Das wäre so üble Scheiße. Ich renne durch den Wald. Wo bist du denn? Äh... Wo bin ich jetzt schon wieder gespawnt? Ich bin nämlich an diesen weißen Hügel gleich. Ne, ich noch nicht glaube ich. Ich bin jetzt hier... Wo bin ich gerade? Minus 32, minus 92. Ich muss mal ein bisschen tippeln. Ich komme gerade irgendwie versuche ich ein bisschen auf freie Ebene zu kommen. Um mich mal kurz umzusehen. Ach, ich bin am Twin Lake. Ah, ich weiß wo ich hin muss. Ich bin am Twin Lake. Ich glaube der Twin Lake hat auch so helle Berge. Ja. Ne, aber besser war, dass ich dann... Genau, da muss ich zu dem großen Berg hin. Dann kann ich erst mal was trinken. Wenigstens das. Ich bin ein Suchi Mimus und lauf die Gegend lang. Ich habe keinen Beinbruch. Das ist doch geil. Das ist wohl echt ein Akt der Verzweiflung, ey man. Ich habe auch das... Das gebrochene Bein ist auch nicht mehr geheilt. Wahrscheinlich weil ich so verletzt war. Ja. Wenn also gar nichts mehr heilt, dann... Ja. Dann bist du wirklich am Ende. Ich hoffe jetzt nicht, dass er tot ist, ey. Das ist so ein bisschen übel. Ne, er ist nicht tot. Mhm. Ja, man sollte vielleicht nicht gegen einen Baum rennen. Sehen, ob ich heute noch irgendwann nochmal an dem See ankomme. Und ob mich wieder irgendwas auffällt. Ich glaube eine Überraschung. Okay, wir sehen. Ja. Aber ja, das ist doch immer ein paar materialisch. Ja. Ich bin jetzt aber oben. Jetzt, äh, ist die FPS-Anzahl richtig gut bei mir. Ja, glaubt's auch Latenz. Elf? Na, du hast acht? Damit lässt sich's spielen. Ja, ich nehm' ja auf, sonst hatte ich immer so Frame-Einbrüche gehabt. So schön. Laufen, 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 laufen. Ich lau' hier um den Berg rum und find's dir dein Seeknick. Das kann nicht sein. Was läuft sie jetzt rum? Auch alt wieder als Rex, oder? So wie Mimus hab' ich noch nie gemacht. Den hab' ich auch noch nicht genommen, so wirklich. Sie hat sich ein geiler Gang sagt, ja, ah, ich bin Ducky, ah, oh yeah, so ungefähr geht ihr rum. Hm. So richtig tapselig. Äh, ich seh' nur Wald und Gedicht, ich seh' hier gar nix. Und auch gegen einen Baum, weil ich nicht seh'. Aber ich kenn' ihn, irgendwie sind die Bäume so eng verwinkelt hier, ich kenn' sie irgendwie. Sag bloß, das ist der T-Rex, den ich vorhin getötet, den ich vorhin so stark verletzt hab' mit meiner Keule. Wär's jetzt nur fair, dass ich ihn auffresse. Oh, krautschen kann er auch. Als Fleischfresser muss man das auch können. Also kannst du dich ja nicht vernünftig an deinen Gebäude ranschleichen. Zum anderen, das sind ja keine Spieler, die dumm sind, die gucken ja nach hinten und so. Ja, aber wenn mal so richtig Tumult ist, müssen wir nochmal so eine ganze Gruppe angreifen und sich dann vielleicht einer irgendwie anschleicht. Ja, hallo? Ja, hallo? Was geht ab? Kollege? Hörte sich an wie ein Bellen eines Hundes. Ja, so ungefähr kann's sein, ne? Ja. Ich wollte was anderes, ich hab' was Tierrechtsartiges gehört. Oh. Schlecht. Na, das ist nicht gut. Wahrscheinlich muss ich bald meine Füße in die Hand nehmen. Ach du Scheiße! Die, 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 die Schlägerei. Ich hab' ja den besten Weg ausgesucht. Dich! Ah Gott. Schlegerei am See, oder was? Keine Ahnung. Keine Ahnung, ich bin bei minus 45. Ich müsste schon theoretisch am See sein. Das ist ja auch alles laut. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ah! Hund! Ich hau' ab. Das war ziemlich... Das war ziemlich nah. Boah, ich seh' nichts. Hier ist alles so vernebelt. Das ist schlecht. Ich lauf' irgendwo in einer Peri rum. Oh Gott. Und ein Hund, der mich irre macht. Was? Ah! Ah! So langsam glaube ich, ich lauf' nicht richtig. Dann lauf' ich da hinzlang. Steigend, fallend. Ja genau, so muss es sein. Dann geh' ich genau wieder richtig. Wo sind noch mal die Koordinaten für den See? Also für das weiße Gebirge ist immer, sag' ich mal, plus 60, minus 60. Das hab' ich mir jetzt mal gemerkt. Also dann bist du auf dem großen weißen Gebirge mit dem kleinen See unten. Ich war zu tief unten, merke ich das. Oh! Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich darf erst mal die Füße in die Hand nehmen, wenn ich den... Ich seh' den nicht. Ich weiß nicht, wo er ist. Was hörst du denn? Ein aggressiven T-Rex. Oh. Das ist schlecht. Bis zum nächsten Mal.